Wir gehen, wir gehen, wir würden, wir würden gleich nach oben gehen. Okay, I'm standing in front of SynLight, which is a high-flux solar simulator of a unique size. It is able to produce concentrated light for research and industrial purposes, and we use it for generating consistent light in an amount which was not available so far. Und deren Licht bündeln wir durch jeweils einen Reflektor. Und diese 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 Reflektor. Dannz можем sie an Lib人 mal. Und diese Reflektor muss es direkt tragen. Entonces, ver retra Él es. 관심 zdzuste.